Oprah, Sharon Ohren und Rosie O'Donnell gaben alle zu, dieses Jahr Medikamente zur schnellen Gewichtsabnahme eingenommen zu haben, Megan Marley bestritt dies jedoch ständig, obwohl sie mit ihnen im selben Boot sitzt. 2023 war das Jahr der Medikamente zur Gewichtsabnahme, insbesondere von Asmig. Ike wurde ursprünglich von der US-amerikanischen Food & Drug Administration zur Behandlung von Typ 2 Diabetes zugelassen, das Medikament wird jedoch zunehmend markenfremd zur Gewichtsabnahme verschrieben. Zusammen mit mehreren anderen ähnlichen Medikamenten haben Abnehmmedikamente in Hollywood für Aufsehen gesorgt. Einige Berühmtheiten wurden beschuldigt, sie konsumiert zu haben und leugneten dies dann, während andere wie Oprah Winfrey und Sharon Ohren zugegeben haben, sie konsumiert zu haben, und die Wirkung teilen, dass sie hatten. Winfrey erklärte den Menschen, die Tatsache, dass es ein ärztlich anerkanntes Rezept gibt, um mein Gewicht zu kontrollieren und ein Leben lang gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an und nicht etwas, hinter dem man sich verstecken und noch einmal lächerlich machen muss, sagte Winfrey. Ich bin völlig fertig mit der Beschämung durch andere Menschen und insbesondere durch mich selbst. Unterdessen äußerte sich Sharon Ohren offen über die Verwendung eines Zähne und die positiven und negativen Auswirkungen, die sie dabei erlebte. Im November erzählte die 70-Jährige der Daily Mail, sie sei zu Hager und ich könne nicht zunehmen, und bemerkte, dass sie nach der Einnahme von ca. weniger als 1,5 Kilogramm wog. Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen, fügte sie hinzu. Die Fernsehpersönlichkeit sagte, dass sie letzten Dezember mit einem Zähne begonnen habe und nun schon eine Weile davon abgekommen sei, aber offenbar weiterhin Gewicht zu verlieren scheine. Man kann so viel Gewicht verlieren, und es ist leicht, davon abhängig zu werden, was ziemlich gefährlich ist. Ich konnte nicht aufhören, abzunehmen, und jetzt habe ich 42 abgenommen, und ich kann es mir nicht leisten, noch mehr abzunehmen, sagt sie sagte. Sie gab auch zu, dass Megan ihr Rat zur Verwendung eines Zähne zum Abnehmen gegeben hatte, Megan jedoch alle Ratschläge ignorierte und infolgedessen eine Überdosis nahm. Zweifellos nimmt sie an sie Peck, da sie viel Gewicht verloren hat. Ich denke, dass ihre Zähne durch den Gewichtsverlust im Gesicht stärker hervorstechen. Um den Mund herum stimmt etwas nicht, und ich bin mir nicht sicher, ob es an den neuen Veneers liegt. Wenn ja, ist es ein sehr schlechter Job. Harrys Frau wollte schnell so dünn werden wie Prinzessin Kessrin, also nutzte sie viele Substanzen und Methoden, um abzunehmen, aber leider war das Ergebnis nicht wie erwartet und kontraproduktiv. Verlust, der zu einem so hageren Gesicht führt, das ungesund aussieht und sehr altert. Wenn man auf ungesunde Weise zu schnell abnimmt, kann man Falten bekommen wie eine Pflaume, und Megan hat das eindeutig getan. Je dünner sie wird, desto breiter wirkt sie. Wann wird ihr klar, dass sie einen kurzen, breiten, quadratischen Oberkörper hat und dass sehnige Gliedmaßen bei diesem Körpertyp nicht gut aussehen? Sie muss mit dem Drogenkonsum aufhören, etwas Wasser trinken und sich ihrem Körpertyp entsprechend kleiden. Sie ist da draußen und zeigt ihre scharfen Waffen, als wäre sie eine Art gebräunte Olympionikin. Das ist für die Unikin. Das ist für die Unikin.